Wacht auf, ihr User dieser Erde, begreift doch endlich eure Macht. Ihr seid nun mal die stärkste Herde, ihr seid die größte Kraft. Überlasst die Menschheit nicht, Tyrannen, die Zeit zum Umbruch, die ist da. Wir können endlich anfangen, wir bauen uns Utopia. User schickt die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internet-Nation erkämpft das Menschenrecht. User schickt die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internet-Nation erkämpft das Menschenrecht. Wir brauchen dafür nicht mal Waffen, uns reicht schon eine Tastatur. Gemeinsam werden wir es schaffen, wir ändern die Struktur. Was brauchen wir noch, Grenzen, der Mensch sich jetzt befreit. Freies Netz für freie Menschen und Wissen macht sich breit. User schickt die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internet-Nation erkämpft das Menschenrecht. User schickt die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internet-Nation erkämpft das Menschenrecht. Wir müssen uns verbünden, verbunden sind wir schon. Wir erleben grad die Morgenstunden der Internet-Nation. Wir erleben nicht für das Gestern, wir erleben nicht für das Geld. Sondern zu geben unseren Kindern eine bessere, schönere Welt. User schickt die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internet-Nation erkämpft das Menschenrecht. User schickt die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internet-Nation erkämpft das Menschenrecht. Die Internet-Natione erkämpft das Menschenrecht. Die Internet-Nation erkämpft das Menschenrecht. Um das in Deutschland zu haben, wird sich auf das Menschenrecht. Aber das ist wichtig, dass die Empfecht die Hand uswählen. das ist wichtig. Das ist wichtig, dass die Sie in die Gegenstunden haben. Wenn das in die Ukraine ein bisschen mehr nachlesen ist, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020